Warschauer Sehenswürdigkeiten Top 10 Warschau, die pulsierende, wunderschöne Hauptstadt Polens, ist wirklich eine Stadt der Kontraste. Sie hat moderne Geschäftsviertel, ist aber auch sehr traditionell mit ihrer historischen Architektur und ihren Denkmälern. Sie ist kosmopolitisch, hat aber auch viele charmante Kopfsteinpflasterstraßen, die zum Entdecken und Beobachten einladen. Wenn du durch Warschau läufst, gehst du durch eine Stadt, die schon alles gesehen hat. Von fremden Mächten beherrscht, durch den Zweiten Weltkrieg dezimiert, im Kommunismus umgestaltet und dann als eines der Kraftzentren des modernen Osteuropas wiedergeboren, die polnische Hauptstadt hat alles mitgemacht. Die turbulente Geschichte Warschaus bedeutet, dass es viel zu sehen und zu lernen gibt, und die Stadt hat hart daran gearbeitet, Museen zu schaffen, die ihre Geschichte erzählen. Besuche das Museum des Warschauer Aufstands, das Museum für die Geschichte der polnischen Juden und das Paviak-Gefängnis, das von der Gestapo als Foltergefängnis genutzt wurde. Beginne mit der Altstadt. Für die meisten Touristen ist die Altstadt der Ort, an dem man gewesen sein sollte. Die Altstadt von Warschau wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Sie hat rund 1,77 Millionen Einwohner in einem Ballungsgebiet mit 3,1 Millionen Einwohnern. Warschau ist die achte bevölkerungsreichste Hauptstadt in der Europäischen Union. Die Economist-Intelligense Unit stufte Warschau als die 32. lebenswerteste Stadt der Welt ein. Bis zum Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen 1939 in Polen einmarschierten, war sie eine der schönsten Städte Europas und wurde mit dem Paris des Nordens verglichen. Während des Krieges wurden mehr als 85 Prozent der Gebäude zerstört. Obwohl die meisten Gebäude, die du heute in Warschau siehst, nach dem Krieg wieder aufgebaut wurden, wurden viele von ihnen nach alten Zeichnungen und Illustrationen von Malern wieder aufgebaut, damit die neue Struktur und der Stil den Vorkriegsentwürfen so ähnlich wie möglich aussehen. Weiter geht es mit dem Polen-Museum für die Geschichte der polnischen Juden. Polen ist ein Land mit einer reichen Geschichte jüdischer Menschen. Während viele an Krakau denken, wenn es um die turbulente Vergangenheit der Juden geht, hat auch Warschau viel Wissen über die polnischen Juden zu bieten. Das Polen ist ein Ort, um mehr über die Jahre der jüdischen Geschichte in Polen auf interaktive Weise zu erfahren. Das Museum hat acht Galerien, die verschiedene Epochen der Vergangenheit abdecken. Von den Anfängen bis zum Holocaust und der Wiederbelebung der Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg erzählen spannende Exponate die Geschichten. Ebenso gibt es verschiedene historische Denkmäler in der Stadt. Das königliche Schloss in Warschau Dieses Schloss, das sich in der Altstadt am Schlossplatz befindet, war zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert die offizielle Residenz der polnischen Könige. Während des Krieges wurde es niedergebrannt und geplündert und später fast vollständig zerstört. In den 1980er Jahren wurde es jedoch wieder aufgebaut und steht heute unter dem Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes. Im Inneren des Schlosses befindet sich eine Sammlung von Porträts der polnischen Könige. Palast der Kultur und Wissenschaft in Warschau Dieses ikonische Gebäude war ein Geschenk Stalins und hieß ursprünglich Stalin-Palast für Kultur und Wissenschaft, wurde aber im Zuge der Destalinisierung umbenannt. Es wurde 1955 erbaut und ist das achthöchste Gebäude in der Europäischen Union und das höchste des Kontinents. Er beherbergt zahlreiche Unternehmen, Institutionen und kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Theater, Universitäten, Bibliotheken und vieles mehr. Das Kopernikus-Wissenschaftszentrum Das Zentrum wurde im November 2010 eröffnet und ist eine der modernsten Attraktionen seiner Art in Europa. Es soll die Neugierde wecken, zu einer eigenständigen Welterkenntnis beitragen und den Dialog über wissenschaftliche Themen anregen. Hunderte von Attraktionen, darunter ein Erdbebensimulator und ein Zauberteppich, verzaubern die Besucher. Ein Garten auf dem Dach des Zentrums bietet Aussichtsplattformen mit schönen Panoramen. Neben dem Zentrum gibt es auch eine Kunstgalerie, eine Kletterwand und einen Park mit Kunstausstellungen. Warschauer Wilano-Palast Der Palast am südlichen Ende des Königswegs überstand den Zweiten Weltkrieg ohne einen Kratzer. Das Schloss Wilano bietet also einen seltenen Einblick in die Pracht des polnisch-litauischen Kommenwelts, bevor Polen Ende des 18. Jahrhunderts von Preußen und Russland annektiert wurde. Jahrhunderts als Sommerresidenz für König Jan III Sobiski gedacht und weist alle Merkmale der barocken Palastarchitektur auf, darunter ein Parterre mit zwei Terrassen, die mit Formschnitt, Broderie und Liebesstratoren geschmückt sind. Der Lazienki Park Der an der Königsstraße gelegene Park ist der größte Park in Warschau in Europa und gehört zu den Top 10 der Sehenswürdigkeiten in Warschau. Er ist als Park der königlichen Bäder bekannt und wurde im 17. Jahrhundert als Badepark angelegt. Im 18. Jahrhundert wurde er jedoch in eine Kulisse für Paläste, Denkmäler und Villen umgewandelt. Das bedeutendste Gebäude im Park ist der Palast auf der Insel. Von einer Villa zur nächsten springen, den prächtigen Lazienki-Palast bewundern, in vier Museen stöbern oder einfach nur im Grünen entspannen, ein ganzer Tag könnte hier wie im Flug vergehen. Krakoschi-Prezetmizi, eine historische Straße in Warschau, umgeben von historischen Palästen, Kirchen und Herrenhäusern. Die Straße wurde komplett umgestaltet und in eine breite Promenade verwandelt. An den Sommerwochenenden ist die Straße für den Verkehr gesperrt und die Krakoschi-Prezetmizi und die Noviviat-Straße werden zur berühmtesten Flaniermeile der Stadt. Diese Straße ist gesäumt von Geschäften, Cafés, Kirchen und einer Vielzahl anderer Attraktionen. Es gibt im schönen Warschau noch viel mehr zu sehen und zu entdecken, da reicht ein Wochenende kaum aus. Wann machst du deine Städte also nach Warschau? Wann Wann